Also als nächstes machen wir den Stoß zweier Scheiben, die aneinanderstoßen in einem Punkt, wobei aber die Stoßkraft auch durch die beiden Schwerpunkte gehen soll. Und beide Scheiben sollen nun Geschwindigkeit haben. Wir haben also Stoß zweier Scheiben. Ihre Massen sind M1 und M2. Die Masse M1 hat also die Geschwindigkeit V1. Ihr Richtungswinkel gegenüber der X-Achse ist V1, die Masse M2, V2, V2. Die beiden Scheiben mit ihren Schwerpunkten, Mittelpunkten, wobei der Berührungspunkt der beiden Scheiben auf der Verbindungslinie ihrer Schwerpunkte liegt. Und die Normalebene dazu, die ist unter dem Winkel Alpha geneigt. Also Winkel Alpha der Tangentialebene im Berührungspunkt. Und die Kraft wirkt normal zur Ebene, also in der Richtung En dann, während die Richtung der Ebene durch Et gegeben ist. Das heißt, der Stoß findet nur in der normalen Richtung statt. Kein Reibungsstoß. Und das ist ein zentraler Stoß, weil die Stoßkraft jeweils durch den Schwerpunkt hindurch geht. Die Richtung der Geschwindigkeit V1 durch V1 gegeben. Die Richtung der Geschwindigkeit V2 durch den Winkel V2 gegenüber der waagrechten X-Richtung. Die Kraft wirkt im Berührungspunkt. Sie ist ja die Kontaktkraft mit Actio-Reactio. Sie wirkt nach links oben auf die Masse M2, nach rechts unten auf die Masse M1 in gleicher Größe und geht durch den Schwerpunkt hindurch. Es ist eine innere Kraft und ihre Wirkungslinie der Kraft in der Verbindungslinie der beiden Schwerpunkte. Auf die Weise ist es eine Drehung vermieden. Es ist quasi ein zentraler Stoß. Der Stoß findet nur in der normalen Richtung statt. Wir führen also die Einheitsvektoren, die Richtungen in der Richtung der Tangente mit ET in der normalen Richtung der normalen mit EN ein und können jetzt die Komponenten der Geschwindigkeit vor dem Stoß anschreiben. dann V1 in Richtung N, das ist V1 mal, wir sehen der Winkel gegenüber der Richtung ET, das ist der Winkel V1 minus Alpha und davon muss man jetzt die Sinus-Komponente nehmen in diesem rechtwinkligen Dreieck. Die Komponente der Geschwindigkeit in Richtung der Kraft, ja. Und jetzt sehen, ich projiziere das jetzt hier rein und habe auf diese Weise die beiden Komponenten, nämlich V1N ist V1 mal Sinus Phi 1 minus Alpha. Komponente der 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 K Wie ist die Geschwindigkeit V2? Dasselbe ist gemacht wie die Geschwindigkeit V2, zerlegt in die beiden Komponenten. V2n ist die Komponente in Richtung der normalen. V2sin V2-Alpha Und natürlich muss V1 ein größer V2n sein, sonst findet ja kein Stoß statt. In der Tangenten Richtung Et die entsprechenden Kosinus-Komponenten V1t und V2t Also in Richtung der Tangentialebene V1cos phi1-Alpha Und V2cos phi2-Alpha Da in der Richtung der Tangente keine Kraft auftritt, bleibt ja der Impuls erhalten. Das heißt, es tritt keine Geschwindigkeitsänderung ein. Es müssten also die Geschwindigkeiten nachher in der Tangentenrichtung die gleichen sein. V1t ist gleich W1t V2t ist gleich W2t Geschwindigkeiten bleiben in der Tangentenrichtung erhalten. Der Stoß findet nur in der Richtung En statt. Die Stoßziffer Bezeichnen wir mit Epsilon U sei die gemeinsame Geschwindigkeit in der Stoßrichtung. Die Stoß Die Stoß Die Stoßperioden für beide Körper In der ersten Periode Räume ist 1 Da ändert sich die Geschwindigkeit von V1n auf die gemeinsame Geschwindigkeit U Also Ende der ersten Periode Die Geschwindigkeit Die Geschwindigkeit U Minus V1n Infolge der wirkenden Kraft Minus F In der Richtung En Ist ja die Kraft Minus F Das Integral Minus F dt Das ist das S1 Der Stoßantrieb in der ersten Periode Auf die Masse M2 Auf die Masse M2 wird die Kraft F in der positiven En Richtung wirken Geschwindigkeit nachher ist die gemeinsame Geschwindigkeit U Die Geschwindigkeit vorher war das V2n Und die Änderung des Impulses erfolgt durch den Antrieb S1 in der positiven Richtung Wenn man die beiden Gleichungen addiert fällt das S1 raus Und man kann die gemeinsame Geschwindigkeit berechnen Nämlich dass der Impuls erhalten bleibt in der ersten Periode Der Anfangsimpuls war M1 V1n plus M2 V2n Und der Impuls da auch heißt gemeinsame Geschwindigkeit mal M1 plus M2 Kann man also durch M1 plus M2 dividieren Dann hat man die gemeinsame Geschwindigkeit Und damit kennt man natürlich auch das S1 In der zweiten Stoßperiode Wiederum Impuls hat es für die Masse 1 Geschwindigkeit am Stoßende Minus Gemeinsame Geschwindigkeit Ist der Stoßantrieb in der zweiten Periode Dieses Minus S2 Weil es ja wieder gegen die Richtung N wirkt Und Für die gestoßene Masse Die Geschwindigkeit nachher In der N-Richtung Minus Gemeinsame Geschwindigkeit ist Plus S2 Und das sind jetzt insgesamt Vier Gleichungen für Fünf Unbekannte Nämlich die drei Geschwindigkeiten Könnt man sagen Und die zwei Stoßimpulse Und wir brauchen jetzt noch die fünfte Gleichung Das ist die Stoßhypothese Die Aussage Dass der Stoßimpuls in der zweiten Periode Proportional dem In der ersten gesetzt wird Mit der Ziffer Stoßziffer Epsilon Damit haben wir jetzt fünf Gleichungen Für die fünf Unbekannten Und können die Geschwindigkeiten Nach dem Stoß W1 W2 Berechnen W2 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 Vielen Dank. Wie ist die Geschwindigkeit nach dem Stoß? Nach dem Stoß W1n und W2n. Wie ist die Geschwindigkeit nach dem Stoß? Das ist gleich der Geschwindigkeit in der Richtung N vor dem Stoß. Ursache für die Geschwindigkeitsänderung ist die Masse M2. Das ist so wie bei dem zentralen Stoß zweier Maßenpunkte. Dividiert durch die Summe der Maßen. Dann kommt die Geschwindigkeitsdifferenz in der normalen Richtung und das 1 plus Epsilon. Die Geschwindigkeit wird kleiner, darum muss da vorne das Minus sein. Und beim gestoßenen, beim zweier, Geschwindigkeit vorher plus, weil hier die Geschwindigkeit ja größer wird. Die Ursache für das Größerwerden ist eben der Stoß vom 1er Körper. Genauso wie der Geschwindigkeitsdifferenz vor dem Stoß in der normalen Richtung mal 1 plus Epsilon. Also der Stoß findet nur in der normalen Richtung statt und man kann daher also in der Richtung einfach die Gleichungen für den zentralen Stoß verwenden. Wenn man nun die beiden Gleichungen subtrahiert, die Differenz der Geschwindigkeiten der beiden Körper nach dem Stoß in der normalen Richtung ausrechnet. Das heißt, das ist gleich die Differenz der Geschwindigkeiten vorher. Plus und jetzt muss man dann hinaus subtrahieren, das heißt es wird da oben auch ein Plus werden. Dann muss man die beiden Maßen, M1 und M2 wieder addieren. Oben und unten steht auch M1 plus M2 und dadurch fällt das wieder weg. Mal, die beiden Faktoren sind ja dieselben, Differenz der Geschwindigkeiten vorher. V1n minus V2n mal 1 plus Epsilon. Nun ist das 1 und wenn man da jetzt subtrahiert, Sie sehen da 1, er fällt weg. Dann steht dort Epsilon mal der Geschwindigkeitsdifferenz vor dem Stoß. Also die Stoßtiffer Epsilon kann auf diese Weise als Differenz der Geschwindigkeit nach dem Stoß zur Differenz der Geschwindigkeit vor dem Stoß dargestellt werden. Also Delta W nachher zu Delta V normal heißt das N nicht nachher, sondern normal N. Delta nachher zu Delta vorher in der normalen Richtung, also in der Richtung, in der der Stoß stattfindet. Und diese Zeichnung haben wir ja schon öfter skizziert, nämlich Geschwindigkeit V1n, das ist der Schnellere. V2n wird der gestoßene sein und der eine wird langsamer, der andere wird schneller. Hier müsste die gemeinsame Geschwindigkeit sein im Schnittpunkt der beiden Geraden, das müsste das U sein. Und am Ende hat man dann hier die Geschwindigkeit oben die W2n und unten die W1n. Und diese Differenz der beiden Strecken ist dann das Epsilon, wobei natürlich das Delta W kleiner ist als das Delta V, weil ja die Stoßtiffer Epsilon kleiner als 1 ist. Hier meine Sonderfall nehmen, dass die Masse M1 von unten senkrecht draufkommt. Dann ist die Masse M2 mit V2 waugrecht, das heißt es ist dann die Berührungsebene waugrecht, also diese Tangentialebene wird waugrecht sein. Das ET und da ist das EN und der Winkel Alpha ist dann 0. V2, der Richtungswinkel der Geschwindigkeit gegenüber der x-Achse, der Geschwindigkeit V2 ist auch 0. Der Richtungswinkel von V1 ist 90 Grad, das geht in Richtung EN. Die Stoßkraft in der Verbindungslinie ist normal zur Verbindungslinie. Zur Ebene. Da die in Tangentenrichtung ja kein Stoß stattfindet, bleiben dort die Geschwindigkeiten erhalten. Die Geschwindigkeit W2 in Tangentenrichtung muss gleich sein der Anfangsgeschwindigkeit V2. Während der Stoß in der normalen Richtung jetzt die Geschwindigkeit ja ändert. Die Geschwindigkeitskomponente des gestoßenen in der normalen Richtung ist V2 EN. Das war aber 0. Und jetzt Plus. Ja, also V2 EN ist 0. V1 Tangent ist 0. Ja, und jetzt V2 EN ist V2 EN. Aus der oberen Gleichung Nummer 2 kann man das ja einfach abschreiben. Hier brauchen wir die Geschwindigkeitsdifferenz in der normalen Richtung, die ja für den Stoß maßgebend ist. Da ist aber das V1 EN gleich dem V1. Und daher, und das V2 EN war ja 0 am Anfang. Und daher ist die Geschwindigkeitsdifferenz ja gleich dem V1 mal 1 plus Epsilon. Und das V1 EN ist aber gleich das V1, daher kann man dann das N wieder weggeben. Und... Die Geschwindigkeit V2 geht also so schräg hinauf, weil ja das V2 bleibt erhalten, ist gleich V2 T. Das V2 EN haben wir jetzt ausgerechnet. Und... Für die Masse M1, W1 T ist ja 0, weil vorher die Geschwindigkeit in der Tangentenrichtung 0 war. Und W1 normal ist die Geschwindigkeit vorher minus, weil sie kleiner wird. Die Ursache ist das M2 aus der Gleichung 1 von oben. Die Geschwindigkeitsdifferenz ist das V1 wieder, plus Epsilon. Das ist aber zugleich die gesamte Geschwindigkeit nachher, weil ja W1 T0 ist, während die Geschwindigkeit hier natürlich gleich der Wurzel aus der Quadratsumme der beiden Komponenten ist. Das ist aber auch. Das ist aber auch. Da habe ich die Geschwindigkeit in der Quadratsumme der Quadratsumme der Quadratumme der Quadratumme der Quadratumme der Quadratumme der Quadratumme der Quadratumme erzüge. Ein weiterer Sonderfall, etwa wenn diese zwei Kreisscheiben quasi in waugrechter Richtung aufeinander stoßen, da ist jetzt die Masse eigentlich die M2, die stoßende Masse, und die Masse M1, die gestoßene. Es sei die Geschwindigkeit von M1 senkrecht, die von M2 waugrecht, V2, die Tangenzialebene im Berührungspunkt ist jetzt Lothrecht, der Winkel Alpha ist an 90 Grad, das ist unsere Richtung ET jetzt, Alpha 90 Grad, die Stoßkraft findet in der normalen Richtung zu dieser striklierten Ebene statt, also der Stoß in dieser normalen Richtung, die Kraft als Reaktionskraft, nach rechts auf die Masse M1, nach links auf die Masse M2, der Winkel V1 zur waugrechten ist also 90 Grad, der Geschwindigkeit V1, der Winkel V2, der Geschwindigkeit V2 ist 0, die geht ja in waugrechter Richtung, in X-Richtung. Also für diesen Sondervoll jetzt, dieses Stoßes der beiden Punktmassen sozusagen, zentraler Stoß wieder in Richtung der normalen, in der Richtung EN, und die Richtung ET, vielleicht nach oben, positiv. In Dangenzialrichtung, kein Stoß, also kein Reibungsstoß soll vorhanden sein, dann müssen die Geschwindigkeiten erhalten bleiben. Also die Geschwindigkeitskomponenten in Richtung T ist V1, in Richtung N ist 0, bei der Masse M1. Bei der Masse M2 ist die Geschwindigkeit in der N-Richtung, also in der Stoßrichtung V2, und in der Tangentenrichtung 0. Die Geschwindigkeiten nach dem Stoß sind ja mit W bezeichnet, das ist das W1N, in der Geschwindigkeit der Masse 1, in der normalen Richtung, und die Geschwindigkeit W2N und W2T. W2T ist aber 0, weil in der T-Richtung keine Kraft übertragen wird, während W1T gleich V1 ist, weil hier bei der Masse M1 die Geschwindigkeit erhalten bleibt. Die resultierende Geschwindigkeit aus den beiden Komponenten, die Geschwindigkeit W1 aus den Komponenten W1N und W1T ist dann so schräg gerichtet. Der Stoß findet in der N-Richtung statt, also Geschwindigkeit nach dem Stoß ist gleich der Geschwindigkeit des ersten Körpers vor dem Stoß, das war ja 0, und die wird jetzt ja als die gestoßene Masse vergrößert, die Ursache ist die M2 durch M1 plus M2, die Geschwindigkeitsdifferenz ist ja das V2 und 1 plus Epsilon für die beiden Stoßperioden. Die Geschwindigkeit der Masse 2 nach dem Stoß ist gleich ihre Geschwindigkeit vor dem Stoß Minus jetzt, die wird ja kleiner, die Ursache ist M1 durch M1 plus M2 Geschwindigkeitsdifferenz in der Stoßrichtung ist V2 mal 1 plus Epsilon. Das kann man noch ein bisschen schöner machen, weil ja das V2 überall auftritt und daher herausgehoben werden kann. also könnte man V2 noch vornehmen dann auf einen gemeinsamen Nenner bringen M1 plus M2 dann fällt da einmal das M1 weg es bleibt also M2 Minus Epsilon M1 und das ist natürlich das W2 insgesamt, weil das W2 T ja Null ist. während die Geschwindigkeit der Masse 1 nach dem Stoß wieder die Wurzel aus der Quadratsumme ist V1 T Quadrat plus V1 N Quadrat V1 also das heißt W1 natürlich W1 N W1 T und dann muss man diese Ausdrücke einsetzen das lässt sich nicht mehr viel schöner schreiben also dass die schräge Geschwindigkeit der gestoßenen Masse einsetzt nach dem Stoß jetzt könnte man uns noch überlegen wie das mit der Energie ausschaut die Energie die da drinnen steckt ist ja die Translationsenergie der beiden Nassen vorher war sie M halbe V1 Quadrat plus M zwei halbe V2 Quadrat also genetische Energie vor dem Stoß nach her sind die Geschwindigkeiten W1 und W2 und auf diese Weise ist die gesamte Energie Änderung bekannt und die muss natürlich als Deformationsenergie irgendwie jetzt in der Verformung der beiden Körper drinnen stecken also Delta T die gesamte Energie Änderung als T vor dem Stoß minus T nach dem Stoß und weiter und weiter und weiter und weiter weiter und weiter und weiter und weiter Natürlich kann man jetzt nicht sagen wie viel von dem Gesamtenergie Verlust also an kinetischer Energie geht jetzt in den einen Körper und wie viel geht in den anderen Körper das ist ja eine Frage der Deformierbarkeit der beiden Körper und die müsste ja über die Verformung über die Kraft Verformungskurve der beiden Teilkörper beantwortet werden wir können ja nur Aussagen treffen darüber wie viel insgesamt an Performance Energie da vorhanden ist nämlich der gesamte Verlust an kinetischer Energie der kann Ihnen an an her die an her die e her die